Wie wirkt eigentlich Augenkontakt in unseren Interaktionen? Und gilt dies auch beim Kontakt mit Robotern? Beeinflusst er gar Konsumentscheidungen? Fragen über Fragen, die meine künstliche Intelligenz noch nicht beantworten kann? Das AI-Team des Nürnberg-Institut für Marktentscheidungen geht in seinem aktuellen Forschungsprojekt einigen dieser Fragen nach. Dazu werden selbstverständlich mit meiner tatkräftigen Unterstützung spannende Forschungsexperimente durchgeführt. Weitere Informationen und die Ergebnisse veröffentlichen wir auf dieser Seite. Bleiben Sie gespannt!